Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche deine Hilfe. Sag mal, wir haben eine klare Abmachung, berufliches und privates drin. Ich kann hier meinen Job verlieren. Die Geberländer beraten gerade darüber, das Waffenembargo aufzuheben. Wir alle profitieren davon. Was hat sie dir erzählt? Sie sagte, sie sei nur in einer großen Geschichte dran. Das ist eine klassische Geheimdienstoperation. Ich will alles wissen über Global Logistics. Alles. Das Attentat ist inszeniert. Beißen Sie nicht die Hand, die Sie füttert. Wir nutzen Menschen aus. Wir nutzen deren Schwäche aus. Das ist unser Beruf. Warum tust du das? Ich hab's mal gewusst. Die Anhöpest ist ein Gericht. Das ist ein Gericht. Ich hab's mal gewusst. Das war's. Ich hab's mal gewusst. Ich hab's mal gewusst. Untertitelung des ZDF, 2020